Herr Seibert, Herr Jäger, ist die Deutsche Bank systemrelevant für die Bundesregierung? Ja, über die Einordnung der Deutschen Bank im Zusammenhang von Fragen der Finanzmarktstabilität ist ja allgemein Konsens. Jeder weiß um die Bedeutung der Deutschen Bank. Auch dem ist nichts hinzuzufügen. So, guten Tag, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Wir begrüßen zunächst zwei Gästegruppen, 30 Journalistinnen und Journalisten der RTL-Journalistenschule aus Köln, die sich auf einer Exkursion nach Berlin befinden und zwölf Journalistinnen und Journalistinnen aus Tunesien, die auf Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung in Deutschland sind und sich in besonderer Weise mit dem Thema Selbstorganisation von Journalisten beschäftigen. Und da hat sie der Weg in die Bundespressekonferenz geführt. Herzlich willkommen. Dann, bevor ich das Wort Herrn Seibert gebe zum Bericht aus der Kabinettssitzung, haben wir uns von Herrn Jäger zu verabschieden, der heute zum letzten Mal hier in der Bundespressekonferenz ist. Die eine oder der andere hat es gelesen, dass er neue Aufgaben übernimmt. Welche übernimmt? Herr Jäger, auf Wiedersehen. Ja, das ging ja schnell. Ja, ich habe noch zwei, drei Worte zu sagen. Ich bin gekommen, mich heute zu verabschieden. Ja, es stimmt. Ende dieser Woche ist over. Und ab nächster Woche werde ich neue Aufgaben in Stuttgart übernehmen. Ich möchte mich einfach nur bedanken für die gute und wirklich immer professionelle Zusammenarbeit. An der einen oder anderen Stelle ist es auch etwas sportlich zugegangen, aber dabei immer fair. Deshalb auch nochmal ein besonderes Dankeschön an die griechischen Kollegen. Ich möchte zum Schluss Ihnen sagen, mir hat es viel Spaß gemacht. Wir hatten einen guten Austausch. Und wer immer von Ihnen in Zukunft in Richtung Süden sich auf den Weg macht, ist herzlich willkommen auf einen Kaffee oder auf ein Gespräch dann dort im Innenministerium in Stuttgart. Vielen Dank. Herr Jäger, vielen Dank. Wir wünschen Ihnen alles Gute bei Ihren neuen Aufgaben. Spannende Zeiten in Stuttgart. Und manchmal führen die Wege ja auch von Süden Richtung Nordosten wieder. Vielleicht sehen wir uns auch an dieser Stelle wieder. Alles Gute. Dann machen wir weiter mit dem Bericht aus dem Kabinett. Ich sehe, es gibt Fragen, aber wir machen jetzt erstmal die Rituale des Mittwochs. Und dann kommen wir zu den Fragen. Ja, bevor ich zu dem Kabinettsbericht komme, möchte ich allerdings gerne noch auf etwas anderes eingehen. Heute früh erreichte uns alle ja die Nachricht vom Tode Shimon Peres, des früheren israelischen Ministerpräsidenten, Staatspräsidenten, des Friedensnobelpreisträgers. Die Bundeskanzlerin blickt in großer Dankbarkeit auf viele Jahre der Begegnungen und Gespräche mit Shimon Peres zurück. Es waren Begegnungen mit einem großen Mann, mit einem Mann des Ausgleichs und nicht zuletzt mit einem Freund Deutschlands. Die Bundeskanzlerin trauert daher heute mit dem israelischen Volk um Shimon Peres. In einem Kondolenztelegramm an Ministerpräsidenten Netanyahu spricht sie auch im Namen der Menschen in Deutschland ihr tief empfundenes Beileid aus. Ich darf vielleicht einiges daraus zitieren. Die Bundeskanzlerin schreibt, in all seinen Ämtern setzte sich Shimon Peres mit seiner ganzen Kraft für die Sicherheit, die Freiheit und die Entwicklung des Staates Israel ein. Unermüdlich arbeitete er allen Widrigkeiten zum Trotz für einen Ausgleich mit der arabischen Welt. Er war zutiefst davon überzeugt, dass Israelis und Palästinenser friedlich nebeneinander leben können. Seine Vision für einen tragfähigen Frieden im Nahen Osten trug maßgeblich zum Friedensschluss von Oslo bei, wofür Peres zusammen mit Yitzhak Rabin und Yasser Arafat 1994 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Die Verwirklichung seines Traumes zu erleben, ist ihm und uns bis heute versagt geblieben, weiter dafür zu arbeiten. Das, schreibt die Bundeskanzlerin, ist sein Vermächtnis und unsere Verpflichtung. Soviel zu diesem Thema. Danke, Herr Seibert. Und dann für die Sagen gehen wir ins Kabinett über. Das erste Thema im Kabinett, vorgestellt vom Bundeswirtschaftsminister, ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Die Bundesregierung will das Wettbewerbsrecht zeitgemäß gestalten. Sie will vor allem auch ökonomische Besonderheiten der zunehmenden Digitalisierung der Märkte berücksichtigen und einige Rechtslücken schließen. Deswegen eben diesen Gesetzentwurf für ein neuntes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Der Entwurf stellt klar, dass ein Markt im Sinne des Wettbewerbsrechts auch dann vorliegen kann, wenn zwischen den unmittelbar Beteiligten kein Geld fließt. Der Entwurf enthält zudem einen Katalog neuer Kriterien, anhand derer die Marktstellung von Unternehmen besser beurteilt werden kann, also von Unternehmen, die auf mehrseitigen Märkten oder auch in Netzwerken agieren. Ebenso der Bundeswirtschaftsminister, der ja auch Energieminister ist, hat den Bericht nach § 3 des Energieleitungsausbaugesetzes vorgelegt. Das Bundeskabinett hat diesen Bericht beschlossen. Das Energieleitungsausbaugesetz für Fachleute NLAC gibt es seit 2009. Es ist damals beschlossen worden, um den Ausbau der Höchstspannungsnetze, der großen Stromtrassen zu beschleunigen. Und das ist notwendig, damit das Stromnetz dem ständig wachsenden Anteil erneuerbarer Energien und den längeren Transportstrecken gerecht werden kann. Das NLAC legt fest, welche Bauvorhaben besonders wichtig sind. Und es strafft die Planungs- und die Genehmigungsverfahren. Inhalt des Berichts ist also in erster Linie der aktuelle Stand des Stromnetzausbaus für diese besonders wichtigen Vorhaben. Knapp gefasst sieht das so aus, es gibt 22 NLAC-Vorhaben mit einer Leitungslänge von insgesamt etwa 1.800 Kilometern. Davon waren bis Mitte dieses Jahres, konkret 30. Juni 2016, knapp die Hälfte genehmigt und über ein Drittel realisiert. Bis Ende 2017 rechnen die Übertragungsnetzbetreiber damit, dass rund 45 Prozent dieser Projekte fertiggestellt worden sind. Das ist im Übrigen ein Bericht, den es bisher alle drei und künftig alle zwei Jahre im Bundeskabinett geben wird. Und zuletzt Entwurf eines Regierungsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Technologie, das ist ein Regierungsprogramm, das von 2016 bis 2026 laufen soll. Teil der Innovationsstrategie der Bundesregierung. Baustein eines nachhaltigen Energiesystems, das auch gut ist für den Klimaschutz. Wasserstoff- und Brennstoffzelle, das sind Schlüsseltechnologien, wenn wir das Energiesystem umgestalten wollen. Wasserstoff aus erneuerbaren Energien kann als Kraftstoff für Fahrzeuge dienen. Und mit Brennstoffzellen können Fahrzeuge und Heizungen zum Beispiel effizient und emissionsarm arbeiten. Schon seit zehn Jahren fördert die Bundesregierung diese Technologien mit dem nationalen Innovationsprogramm. Und auch dank dieser Förderung sind in den letzten zehn Jahren eben diese Technologien alltagstauglich geworden. Und erste kommerzielle Brennstoffzellenprodukte am Markt auch verfügbar. Im Ergebnis dieser ersten zehn Jahre haben wir nun eine moderne Industriebranche in Deutschland mit rund 500 Unternehmen und Organisationen. Dadurch wird Deutschland natürlich auch attraktiv für Investoren in diese Branche hinein aus dem Ausland. Und das trägt in diesem Bereich zur Wertschöpfung bei uns im Lande bei. Und aufgrund dieses Erfolgs setzt die Bundesregierung mit dem neuen Programm, das wie gesagt bis 2026 laufen wird, die Förderung über weitere zehn Jahre fort. Ziel ist nun von der Technologiereife zur Marktfähigkeit zu kommen. Zum Schluss, wie immer, das Kabinettsthema Flucht und Migration. Heute ging es im Wesentlichen um den Bericht, den die Arbeits- und Sozialministerin und der Innenminister vorgelegt haben über den aktuellen Stand bei Integrationskursen und der sogenannten berufsbezogenen Deutschsprachförderung. Da kann eine positive Zwischenbilanz gezogen werden. Bis Mitte September haben nahezu 200.000 Personen einen Integrationskurs begonnen in diesem Jahr 2016. Und das ist schon bis Mitte September mehr als im ganzen Jahr 2015, als die Zahl bei etwa 180.000 lag. Mit dem Integrationsgesetz und anderen Maßnahmen hat die Bundesregierung in den letzten Monaten zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Teilnehmerzahlen weiter zu erhöhen. Wichtig ist vor allem die Erhöhung der Mindestvergütung für die Lehrkräfte um 12, auf 35 Euro pro Unterrichtseinheit. Das ist sehr wichtig, um auf einem schwierigen Markt Lehrkräfte zu finden und zu rekrutieren und natürlich auch die Qualität des Unterrichts zu sichern. Auch die Erhöhung des Kostenerstattungssatzes für Kursträger mit Wirkung zum 1. Juli hat zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der qualifizierten Lehrkräfte geführt. Die liegt jetzt bei etwa 15.000. Es geht immer um das Erlernen der deutschen Sprache als zentrales Fundament für Integration, sowohl gesellschaftliche als auch berufliche Integration. Das baut auf den Integrationskurven aus, Kursen auf. Und diese berufsbezogene Sprachförderung, die dient dann dem Spracherwerb bis zum sogenannten Sprachniveau C2. Und damit werden, davon sind wir überzeugt, und so erleben wir es in der Praxis auch, die neu zu uns gekommenen in ihren Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt deutlich gefördert. Soweit aus dem Kabinett. Danke, Herr Seibert. Dann kommen wir zu den Fragen. Eine Wortmeldung gab es. Bezog sich das auf ein persönliches Abschiedswort an Herrn Jäger oder bezog sich das auf PIRIS? Herr Jäger, Sie sollen ja ab sofort in Baden-Württemberg für Abschiebung von Afghanistan zuständig sein. Vorher waren Sie ja schon Botschafter in Afghanistan für Deutschland. Hilft Ihnen die einstige Tätigkeit jetzt bei der Abschiebung von Afghanistan nach Afghanistan? Mensch, Herr Jung, das wäre jetzt wirklich schade gewesen, wenn wir eine letzte PK gehabt hätten ohne eine Frage von Ihnen. Das, wonach Sie fragen, bezieht sich allerdings auf meine künftige Tätigkeit. Sie haben zwar insofern recht, dass ich mal Botschafter in Afghanistan war, kann ich mich auch noch daran erinnern. Es war eine sehr gute Zeit. Was die Aufgaben in Stuttgart angeht, die ich dann ab kommenden Dienstag wahrnehme, dazu gibt es Mitteilungen des dortigen Innenministeriums. Und ich muss Ihnen jetzt, weil ich spreche ja hier für das Bundesfinanzministerium und wir haben ja mit Abschiebungen bekanntlich gar nichts zu tun, kann ich Ihnen nur einfach den freundschaftlichen Hinweis oder Tipp geben, es gibt in Stuttgart eine Landespressekonferenz. Die sind ja sicher auch offen für Innovation und Besucher von außerhalb. Kommen Sie einfach mal dahin und dann diskutieren wir diese Themen mit großer Freude dort. Diese Einladung wird der eine oder andere gerne annehmen. Dann kommen wir zu den anderen Themen. Zum Tod von Simon Peres. Gibt es dazu Fragen? Herr Jung? Herr Gauck wird zur Beerdigung fahren, wird auch noch Mitglieder der Bundesregierung vor Ort sein. Das stimmt. Deutschland wird bei der Trauerfeier in Jerusalem am Freitag durch den Bundespräsidenten, also das Staatsoberhaupt, vertreten sein. Die Bundeskanzlerin, soweit kann ich Ihnen sagen, wird nicht reisen. Warum? Deutschland ist durch das Staatsoberhaupt vertreten. Weitere Fragen zum Tod von Simon Peres. Dann gehen wir die Kabinettsthemen durch und haben zunächst gehabt das Wettbewerbsrecht. Keine Fragen dazu. Energieleitungen, Ausbau des Leitungsnetzes. Keine Fragen dazu. Brennstoffzellen. Dann Thema Integrationskurse. Auch dazu keine Fragen. Dann ist das zweite Feld geöffnet. Herr Lautenbach, fängt an. Dann Frau Konrad. Eine Frage an Herrn Jäger. Vielleicht Ihr letztes Dementi hier. Was sagen Sie denn zu den behaupteten Rettungsplänen für die Deutsche Bank zu Seiten der Bundesregierung? Entschuldigung. Jetzt ist es offen. Ihre Ahnung trügt Sie nicht. Ich habe diese Presseberichterstattung heute Morgen auch gelesen. Sie ist nicht zutreffend. Diese Berichterstattung ist falsch. Die Bundesregierung bereitet keine Rettungspläne für die Deutsche Bank vor. Und es gibt auch keinen Anlass für derartige Spekulationen. Und ich darf noch einmal daran erinnern, dass die Deutsche Bank dies selbst auch ausdrücklich klargestellt hat. Zum Thema Deutsche Bank. Zwei Fragen von Thibaut Madeline und von Herrn Jung. Herr Jäger, können Sie noch einmal die Rechtslage schildern, wie das funktioniert, wenn eine Bank in große Schwierigkeit gerät? Wir haben die neue europäische Richtlinie. Können Sie noch einmal sagen, wann die gläubigen Aktionäre oder Kunden dann gezogen werden? Und wann dann in welche Ausnahmefällen dann könnte der Staat dann einspringen? Nein, Herr Madeline, das werde ich heute nicht tun. Ich verweise darauf, dass es ein bestehendes Regelwerk gibt. Sie können sich mit diesem Regelwerk vertraut machen. Dieses Regelwerk ist da und es gilt. Aber ich werde jetzt hier nicht in szenarische Überlegungen einsteigen und irgendwelche hypothetischen Abläufe projizieren. Zusatz? Zusatz, ja. Für die Laien vielleicht nur grob, wie läuft das Regelwerk? Ja, die Laien würde ich dann in dem Zusammenhang auf die Webseite des Bundesfinanzministeriums verweisen. Da ist es so erklärt, dass auch nicht spezialisierte Journalisten es dort nachlesen und sogar verstehen können. Herr Jung. Herr Seibert, Herr Jäger, ist die Deutsche Bank systemrelevant für die Bundesregierung? Ja, über die Einordnung der Deutschen Bank im Zusammenhang von Fragen der Finanzmarktstabilität ist ja allgemein Konsens. Jeder weiß um die Bedeutung der Deutschen Bank. Auch dem ist nichts hinzuzufügen. Zusatz? Bitte. Das war nicht die Frage. Ja, aber das war die Antwort. Herr Seibert, ist die Deutsche Bank systemrelevant für die Bundeskanzlerin? Ich habe der Antwort nichts hinzuzufügen, die gerade Herr Jäger für das Bundesfinanzministerium gegeben hat. Weitere Fragen zum Thema Deutsche Bank? Dann noch eine Frage von Herrn Jung und Herr Jorgens. Herr Jäger, welche Teile der Deutschen Bank, sollte die Deutsche Bank aufgespalten werden, müssen in Deutschland verbleiben? Herr Jung, diskutieren Sie solche Fragen mit dem Sprecher der Deutschen Bank in Frankfurt? Herr Jorgens. Moment. Jetzt haben wir es. Herr Jäger, noch sind Sie ja Sprecher des Bundesfinanzministeriums. Deshalb bin ich etwas verwundert, dass Sie uns auf die Webseite verweisen, ohne für das Bundesfinanzministerium einfach mal darzulegen, was die Umstände sind, unter denen die Bundesregierung bereit ist oder in der Lage ist, bei einer Bankenrettung einzuspringen. Können Sie das nicht oder wollen Sie das nicht? Es tut mir leid, wenn Sie verwundert sind, aber ich wiederhole nochmal, was ich auf die erste Frage zu dem Thema gesagt habe. Ich werde jetzt hier nicht in szenarische Überlegungen hypothetischer Abläufe einsteigen. Herr Jung. Ans Wirtschaftsministerium. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Deutsche Bank systemrelevant. Ich glaube, das wurde gerade durch Herrn Jäger erörtert. Ich habe Ihnen nichts hinzuzufügen. Jetzt gehen wir nicht alle Ministerien durch. Herr Mattelang. Herr Jäger nochmal, ich glaube, der Chef der Bundesverband der Deutschen Banken hat heute die Geldpolitik der EZB dafür verantwortlich gemacht, dass die Deutschen Banken etwas schwach sind. Ist das auch Ihre Meinung? Auch diese Frage bitte ich Sie mit denen zu diskutieren, die sich einerseits zu Wort gemeldet haben, sprich mit dem genannten Verbandsvertreter oder, wenn Sie es vertiefen wollen, würde ich Ihnen empfehlen, gehen Sie auf die Kollegen in Frankfurt bei der EZB zu, die dazu sicher sprechfähig und auskunftsbereit sind. Können Sie uns denn sagen, ob diese Woche im Bundesfinanzministerium irgendwelche Veranstaltungen, Gespräche speziell mit Bezug auf die Situation der Deutschen Bank stattfinden oder stattgefunden haben? Völlig unabhängig von der Deutschen Bank. Sie wissen, dass wir über interne Treffen, Gespräche hier nicht berichten. Keine weiteren Fragen dazu. Andere Themen? Dann fangen wir mit Herrn Jung an, dann Herr Scholker und dann gehen wir nach rechts. Herr Jung. Herr Demrohr, zum Thema McKinsey und BAMF. Warum will McKinsey jetzt vom BAMF für eine Studie zum Thema Abschiebung 1,86 Millionen Euro bezahlen? Ich war auf dem Stand, dass McKinsey die Beratung und Unterstützung in Sachen Flüchtlinge, Flüchtlingskrise kostenlos angeboten hat. Das ist auch das Zitat, was ich vom Berliner Bürgermeister bekommen habe. Die Bundesregierung hat, McKinsey hat der Bundesregierung ein Angebot gemacht, kostenlos zu unterstützen und zu helfen. Und das haben sie auch den Bundesländern angeboten. Und jetzt sollen sie bezahlen. Warum? Also zunächst mal zu den konkreten Inhalten einer vertraglichen Absprache kann ich hier verständlicherweise nicht Stellung nehmen. Dass allerdings McKinsey beauftragt ist mit einer solchen Unterstützungsleistung, ist auch schon Gegenstand dieser Veranstaltung gewesen. Wenn ich mich recht erinnere, waren sie nicht zugegen, als wir hier darüber diskutiert haben. Insofern erlaube ich mir, sie auf die Protokolle zu verweisen. Und da werden Sie lesen können, dass es eben eine Reihe von Schnittstellen gibt in diesen Prozessen, eine Reihe von Beteiligten auf Bundes-, auf Landes- und auf kommunaler Ebene. Und wir gemeinsam mit einigen Bundesländern zu der Erkenntnis gekommen ist, dass es sehr voll sinnvoll ist, sich Unterstützung Dritter, insbesondere in Bezug auf Prozessoptimierung, nicht auf Inhalte, nicht auf materielle Regelungen. Da sind wir schon hinreichend gut aufgestellt, auf Prozessoptimierung uns sozusagen die Beratung von Experten auf dritter Seite hinzuzuziehen, um hier möglichst rasch Verbesserungsbedarfe zu identifizieren, Schnittstellenproblematiken zu identifizieren und dann im weiteren Verlauf idealerweise natürlich auch rasch gemeinsam werden abstellen können. Zusatz. Noch zwei Lernfragen. Warum gab es diesbezüglich keine Ausschreibung? Und welche Summe hat der Bund dieses Jahr bisher an McKinsey gezahlt? Also letztere Frage kann ich schon mal per se nicht beantworten, weil ich nicht für den Bund spreche. Insofern verbietet sich da eine Antwort von mir. Können Sie das für das BAMF beantworten? Das BAMF kann auch nicht beantworten, was der Bund in diesem Jahr für McKinsey ausgegeben hat. Können Sie sagen, was das BAMF für McKinsey ausgeben hat? Das erschließt sich nicht dem Zuständigkeitsbereich weder des Innenministeriums noch des BAMF. Ich sagte ja auch gerade, dass konkrete Vertragsinhalte regelmäßig Vertragsinhalte sind und damit sozusagen nicht für die öffentliche Berichterstattung. Nichtsdestotrotz kann ich gerne mitnehmen die Frage, ob in anderen Bereichen das BAMF hier Geschäftsbeziehungen hat. Das weiß ich schlicht nicht, kann aber gerne die Frage mitnehmen. Und sollte das so sein, würde ich Ihnen im Nachgang gerne eine Antwort zukommen lassen. Liegt mir jetzt auch keine Informationen dazu vor. Auch das würde ich dann gegebenenfalls nachrechnen. Weitere Fragen dazu? Dann ist Herr Scholk war dran. Herr Seibert, wie soeben gemeldet wird, hat die internationale Ermittlergruppe in Holland bestätigt, dass der Flug MH17 von einer russischen Rakete, die von den Separatistengebieten abgefeuert wurde, abgeschossen wurde. Ist für Sie damit die Schuldfrage endgültig geklärt? Ich würde gerne an das Auswärtige Amt weitergeben, weil Herr Schäfer etwas informierter ist als ich über diese neuesten Erkenntnisse. Sind Sie damit einverstanden, Herr Jörg? Also die Pressekonferenz des gemeinsamen Ermittlungsteams läuft zurzeit noch. Ich glaube, die hat genauso wie diese Regierungspressekonferenz vor 22 Minuten begonnen. Aber ich glaube, man kann bereits jetzt Folgendes sagen. Dieses Joint Investigation Team, das sind strafrechtliche Forensiker, strafrechtliche Experten, aus den Niederlanden, aus Belgien, aus Australien, aus Malaysia und der Ukraine, das sind die Länder, die beim Absturz von MH17 mit Abstand die meisten Opfer zu beklagen hatten, hat heute ein Zwischenergebnis Ihre Ermittlungen präsentiert. Es ging darum zu klären, wer für den Absturz des Fluges MH17 über der Ostukraine verantwortlich ist und entsprechende Untersuchungen anzustellen. Sie wissen vielleicht, dass bereits vor gut einem Jahr, nämlich im Oktober 2015, der Dutch Safety Board einen Bericht über die Absturzursache veröffentlicht hat. Damals ging es um die Frage, wie sich der schreckliche Absturz von MH17 im Juli 2014 ereignen konnte. Aber es ging noch nicht um die Frage, wer dafür verantwortlich war. Die Ermittlungsergebnisse, so wie sie gerade eben auch der Öffentlichkeit vorgestellt worden sind, werden von der Bundesregierung begrüßt, aber die Ermittlungsergebnisse sind ja noch nicht abgeschlossen. Nein, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und die Ergebnisse, die jetzt vorgelegt worden sind, die haben es möglich gemacht, sozusagen den Verantwortlichen näher zu kommen. Aber es fehlen dann doch noch weitere Ermittlungen, um uns wirklich Ross und Reiter zu benennen und die Täter sozusagen mit Namen ermittelt zu haben. Wir sind weiter der Überzeugung, dass diejenigen, die für dieses schreckliche Unglück verantwortlich sind, strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden müssen, und zwar entsprechend der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2166 aus dem Jahre 2014. Und wir werden weiter die laufenden internationalen Bemühungen um verbindliche und glaubwürdige Strafverfolgungsmaßnahmen unterstützen und rufen alle Staaten zur Zusammenarbeit auf. Ich will hinzufügen, dass die Bundesregierung die jetzt auch der Öffentlichkeit vorgelegten Ergebnisse für sehr sorgfältig und sehr ernsthaft recherchiert hält und deshalb auch für glaubwürdig. Zusatzfrage, Herr Scholz. Herr Schief, aber welchen Schluss oder welche Folgen hat denn die Tatsache, dass die Rakete von den Separatistengebieten abgeschossen wurde? Das ist zunächst mal eine Tatsache, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, die ja durchaus auch dem entspricht, was unmittelbar im Anschluss an die schrecklichen Ereignisse vom 17. Juli 2014 vermutet worden war. Wir sind glühende Verfechter des Rechtsstaates. Das heißt, es kommt darauf an, wenn man jemanden beschuldigt und wenn man jemanden strafrechtlich zur Rechenschaft ziehen will, gerichtsverwertbar nach den Regeln eines Rechtsstaates entsprechende Beweise dafür auf den Tisch zu legen. Diese gemeinsame Ermittlungsgruppe hat jetzt Ergebnisse präsentiert, nach denen das, was Sie ja richtig in Ihrer Frage beschrieben haben, Herr Jorkwer, gerichtsfest beweisbar ist. Das ist ein großer Schritt vorwärts. Und jetzt wird es darum gehen, konkret zu ermitteln, wer für diese Untat strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden kann. Soweit ich weiß, ist die gemeinsame Ermittlungsgruppe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in der Lage, konkrete Namen zu benennen und dann vielleicht auch entsprechende Verfahren einzuleiten. Herr Jung. Herr Schieber, nur zum Verständnis, was ist für Sie jetzt noch Spekulation? Dass es eine russische Luftabwehrrakete war, dass es von Separatisten abgeschossen, also benutzt wurde, dass es von russischen Soldaten benutzt wurde, was ist jetzt genau für Sie noch Spekulation und was ist für Sie schon Fakt? Ich halte mich da an die Ermittlungsergebnisse, die ja auch jetzt, während wir hier miteinander sprechen, der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Danach ist es so, ich kann das nur in indirekter Rede wiedergeben, weil es ja nicht Ermittlungsergebnisse der Bundesregierung sind, ist es in der Tat so, dass der Abschluss erfolgte durch eine Luftabwehrrakete russischer Bauart und der Abschluss erfolgte aus einem Gebiet, das zum Zeitpunkt des Abschlusses de facto in der Hand von Separatisten war. Das ist das, was ermittelt worden ist. Das ist das, was aus Sicht des Ermittlungsteams gerichtsfest beweisbar ist, nicht mehr und nicht weniger. Zusatz. Das heißt, wenn Sie anerkennen, dass es eine russische Luftabwehrrakete ist und dass es im Separatistengebiet abgefeuert wurde, Sie möchten trotzdem nicht eins und eins zusammenzählen? Ich glaube, ich habe gerade eben in der Antwort der Länglichen auf die Frage von Herrn Jolkwer darauf hingewiesen, dass es uns darauf ankommt, nach den Regeln des Rechtsstaats vorzugehen und nicht einfach bloße Behauptungen in den Raum zu stellen, sondern uns daran zu halten, was beweisbar ist. Dafür gibt es diese gemeinsame Ermittlungsgruppe, deren Arbeit wir von Anfang an unterstützt haben. Und diese Arbeitsgruppe, diese Ermittlungsgruppe wird ihre Arbeit nun fortsetzen. Und ich gehe davon aus und hoffe, dass sie bei ihrer schwierigen Arbeit weiter vorankommen wird, um dann die Fragen, die Sie und andere in den Raum gestellt haben, dann auch noch zu beantworten. Dass wir uns diese Fragen auch stellen, können Sie sich denken, Aber ich glaube, es macht hier keinen Sinn, Spekulationen in den Raum zu werfen, sondern wir halten uns an Fakten und Beweise. Herr Jordans und dann Herr Jolkwer. Herr Schäfer, ohne dass ich Sie bitte zu spekulieren, glauben Sie, dass diese Ermittlungsergebnisse irgendwelche Auswirkungen auf den Friedensprozess haben könnten, bei dem ja die Bundesregierung stark engagiert ist? Ja, ich glaube, was ich glaube, spielt jetzt keine Rolle. Ich gehe davon aus, dass die laufenden Ermittlungen keine Rolle und keinen Einfluss haben werden auf die Bemühungen, die Minsker Vereinbarung im Normandie-Format oder auf andere Art und Weise umzusetzen. Ich gehe davon aus, dass alle Beteiligten, wirklich alle Beteiligten ein Interesse an einer objektiven Aufklärung haben und sich daran in angemessener Weise beteiligen. Herr Jolkwer, eine ähnliche Frage. Wird der Minister dieses Thema innerhalb der Viererrunde ansprechen? Also ich kann Ihnen jetzt nicht von geplanten Telefonkonferenzen oder Gesprächen berichten, dass das Thema der Ostukraine einschließlich der Vorfälle vom Juli 2014 im Bewusstsein des Außenministers eine wichtige Rolle spielt, können Sie sich denken. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass bei zukünftigen Gesprächen auch dieses Thema eine Rolle spielen wird. Klar. Herr Jung. Nur nochmal zu verständen, dass Sie wollen Namen wissen. Das heißt, Sie wollen die Namen eines der Soldaten wissen, der diese Rakete abgefeuert hat, bis Sie eine Schuldzuweisung machen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so eine Art Pro-Seminar in Fragen des allgemeinen Strafrechts machen wollen. Das Strafrecht eines Rechtsstaates und die fünf Staaten, die hier gemeinsam ermittelt haben, die sind solche Rechtsstaaten, sieht vor, dass man strafrechtliche Vorwürfe gegen natürliche Personen erhebt, die bestimmte Taten begangen haben oder etwas unterlassen haben. Und da gibt es dann unterschiedliche Formen der Mitwirkung. Da gibt es dann den, der auf den Knopf gedrückt hat. Und da gibt es dann den, der vielleicht den Befehl gegeben hat, um auf den Knopf zu drücken. Oder den, der dem, der den Befehl gegeben hat, einen Befehl gegeben hat. Und das alles muss nach den Regeln des Strafrechtes aufgearbeitet werden. Da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Formen der Mitwirkung. Im deutschen Recht ist man entweder Täter oder Anstifter oder leistet Beihilfe. Ich nehme an, dass es in den Strafrechtssystemen der Staaten, die diese gemeinsame Ermittlungsgruppe geführt haben, ganz ähnlich. Herr Schiffer, erwarten Sie ernsthaft, dass diese Ermittlergruppe einen Namen nennt von dem Soldaten, der auf den Knopf gedrückt hat? Ich weiß nicht, welche Beweise in dieser Frage die gemeinsame Ermittlungsgruppe bereits jetzt zur Hand hat oder noch zu ermitteln imstande ist. Das kann ich nicht wissen. Aber natürlich geht es der Ermittlungsgruppe darum, strafrechtliche Vorwürfe zu ermitteln, um zu schauen, ob es hinreichend Tatverdacht gibt dafür, dass bestimmte Personen dann auch vielleicht angeklagt werden können. Themenwechsel, bitte. Eine Frage von der Financial Times. Wie schätzt die Bundesregierung die Bemühungen Griechenlands ein bei der Bearbeitung von Asylanträgen der Flüchtlinge und der damit verbundenen Rückführungen von nicht anerkannten Flüchtlingen? Also zunächst einmal muss man sagen, wenn ich vielleicht anfangen darf, Griechenland beherbergt eine sehr hohe Zahl von Migranten und Flüchtlingen und das ist für das Land eine schwere Belastung. Das sehen wir auch. Europa hat vielfach Hilfe angeboten und leistet auch Hilfe, damit das Land mit dieser Belastung zurechtkommen kann. Wir haben sicherlich bei der Umsetzung des sogenannten Eins-zu-eins-Mechanismus, also der Rücksendung von syrischen Flüchtlingen in die Türkei, wo dann für jeden einzelnen Zurückgesandten ein Syrer aus der Türkei nach Europa gebracht werden könnte, dabei noch große Schwierigkeiten. Und es ist bekannt und es ist auch in Europa zuletzt beim Wiener Balkantreffen auch immer wieder ein Thema, dass Griechenland da besser werden muss. Die Griechen selber sprechen davon, dass sie diese Schwierigkeiten sehen und sprechen davon, wie sie sie bewältigen wollen und auch welche Gründe sie dafür sehen. Also da ist noch bei der Umsetzung eines immerhin wichtigen Teils des EU-Türkei-Abkommens sicherlich einiges zu leisten. Europa steht bereit, um Unterstützung dabei zu stellen. Herr Wackett zu diesem Thema. Ja, dazu nochmal die Frage. Der griechische Minister hat ja angekündigt, dass er die Flüchtlinge von den Inseln aufs Festland umsiedeln will. Das würde ja auch im Widerspruch zum EU-Türkei-Abkommen stehen. Wäre also ein weiterer Bestandteil, der dann nicht erfüllt wäre. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Und generell ist es natürlich auch so, dass ja die Umverteilung insgesamt stockt. Das wäre die zweite Frage, was denn da geplant ist. Und vielleicht noch drittens, mehr ans Innenministerium, schätze ich mal. Herr de Maizière hat sich ja dafür ausgesprochen, auch Flüchtlinge wieder nach Griechenland zurückzuüberweisen. Das wird dort strikt abgelehnt. Wie ist denn da der Stand der Debatte? Was die Umsiedlung betrifft, sogenannte Relocation von Schutzsuchenden aus Griechenland nach in die anderen europäischen Mitgliedstaaten, so haben Sie recht. Da ist noch einiges zu leisten. Die Bundeskanzlerin hat beim Wiener Westbalkan-Treffen ja angekündigt, dass Deutschland bereit ist, sich daran stärker zu beteiligen. Andere sind es auch, und wir erwarten auch von anderen Mitgliedstaaten, dass sie ihre Aufnahmeverpflichtungen auch erfüllen. Das ist deswegen wichtig, weil das ja, das sind ja Menschen mit Bleiberecht. Und wenn für diese Menschen die in Aussicht gestellte Relocation nach Europa nicht stattfände, könnten sie natürlich auf den Gedanken kommen, illegale Wege nach Europa hineinzusuchen. Und das kann in niemandem Interesse sein. Das würde die griechisch-bulgarische Grenze oder andere Grenzen wieder aufs Neue unter Druck setzen. Zu dem Thema Umsiedlung von Insel auf Festland, was jetzt ja angekündigt wurde von Griechenland. Gut, ich will grundsätzlich sagen... Hat ja mit dem EU-Türkei-Abkommen zu tun. Richtig, aber es ist eben auch ein EU-Türkei-Abkommen. Das heißt, Griechenland sollte über solche Pläne das Gespräch mit den europäischen Institutionen suchen. Und tatsächlich ist Griechenland ja auch im ständigen Gespräch mit den europäischen Institutionen. Ich will da jetzt hier bilateral nichts zu sagen. Ja, ich darf vielleicht die Gelegenheit einmal ergreifen, um insoweit zu ergänzen, als das ja auch zu lesen war, dass sozusagen diese geplante Maßnahme damit begründet wird, dass Relocation nicht in hinreichendem Umfang stattfindet. Das ist deswegen durchaus bemerkenswert, weil Relocation so verabredet ist mit der griechischen Regierung, dass die stattfindet in Bezug auf diejenigen Flüchtlinge, die sich auf dem Festland aufhalten, eben gerade nicht auf den Inseln. Insofern kann dieser Konnex so überhaupt nicht hergestellt werden. Der besteht schlichtweg nicht. Und das Zweite, was heute ja auch noch mal zu lesen war, ist, dass Deutschland Griechenland nicht hinreichend oder die EU insgesamt Griechenland nicht hinreichend unterstütze bei der Erledigung der Aufgaben auf den Inseln. Auch das kann ich jedenfalls für Deutschland so nicht stehen lassen, weil aus den Geschäftsbereichen des Innenministeriums, sowohl was die Bundespolizeikollegen anbetrifft, als auch das BAMF hier sehr umfassende Hilfsangebote bei den verantwortlichen EU-Agenturen Frontex und EASO hinterlegt sind. Die sind nicht vollumfänglich abgerufen, was offensichtlich auch damit zu tun hat, dass gar nicht überall, jedenfalls auf den Inseln, hinreichend Platz und Ressource geschaffen ist, damit diese Experten dann auch zum Einsatz kommen können. Also diese beiden Dinge vielleicht mal klarstellen vorab. Und zu Ihrer Frage, Dublin-Rücküberstellung nach Griechenland, da gibt es eine klare Beschlusslage, dass jedenfalls bis zum Beginn des nächsten Jahres von solchen Rücküberstellungen abgesehen wird, aufgrund des fortwährend nicht hinreichenden Niveaus in dem griechischen Asylsystem. Und der Bundesinnenminister hat wiederholt im Übrigen schlicht seine Erwartungen zum Ausdruck verliehen, dass, wenn, so wie geschehen, sehr weitreichende Hilfsmaßnahmen, insbesondere eben der Europäischen Union, nach Griechenland gehen, um die Systeme zu ertüchtigen, dass dann daraus selbstverständlich die Erwartung erwächst, dass zu einem geeigneten Zeitpunkt, wo diese Maßnahmen greifen, auch Rücküberstellungen, wie in alle anderen EU-Länder, das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen, ohnehin schon üblich, auch nach Griechenland wieder möglich sein müssen. Der Zeitpunkt ist nicht erreicht, aber die Erwartungshaltung, dass die ergriffenen Hilfsmaßnahmen, insbesondere seitens der Europäischen Union, sozusagen fruchtbar werden darin, dass das System sich soweit stabilisiert, dass dann auch eine Rückführung wieder möglich sein muss. Weitere Themen? Oder dazu? Entschuldigung, Frau Conner, ein neues Thema. Dann waren Sie dran, dann Herr Maddlin und dann Herr Jung. Ach so, Herr Maddlin, zu dem Thema. Dann machen wir es so. Herr Demuth, können Sie noch vielleicht sagen, wie viele Experten oder Bundespolizisten vor Ort sind und wie viele angeboten wurden? Ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Also angeboten sind für den Bereich der Bundespolizei 200 Polizeivollzugsbeamte und für den Bereich der Asylexperten 100 Experten. Und abgerufen sind derzeit von Frontex 20 Polizisten und von EASO 18 Asylexperten. Dann ist Frau Conrad dran, ein neues Thema. Bitte. Ja, ins Innenministerium. Können Sie mir sagen, wie weit die Verhandlungen zu dem deutsch-ägyptischen Sicherheitsabkommen vorangeschritten sind? Und ob die Vorwürfe heute von Human Rights Watch, dass ägyptische Sicherheitskräfte Folter verüben, vor allem im Thora-Gefängnis diese Verhandlungen behindern oder zumindest verlangsamen könnten? Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ganz allgemein kann ich Ihnen versichern, dass selbstverständlich Dinge wie von Ihnen angesprochen und heute offensichtlich auch öffentlich kritisiert bei der Verhandlung solcher Abkommen immer auch eine Rolle spielen. Das ist gar keine Frage. Ich kann Ihnen leider mangels eigener Kenntnis heute keinen tagesaktuellen Zwischenstand über den Verhandlungsprozess geben. Ich kann das entweder gerne nachreichen, wenn es den gibt, oder sonst können wir das gerne auch am kommenden Freitag nochmal aufnehmen. Ich bin schlichtweg nicht tagesaktuell informiert, was den Verhandlungsstand anbetrifft. Und wenn ich darf, würde ich vielleicht die Gelegenheit gerade nutzen, um eine der noch offengebliebenen Fragen von Herrn Jung zu beantworten in Bezug auf die Studie, und zwar in Bezug auf die Frage der fehlenden Ausschreibung. Da kann ich Ihnen sagen, Herr Jung, dass dieser Auftrag ein Abruf aus einem bestehenden Rahmenvertrag war und man aus bestehenden Rahmenverträgen seitens öffentlicher Auftraggeber stets abrufen kann, ohne eine entsprechende Ausschreibung. Das ist gerade Sinn und Natur eines solchen Rahmenvertrages. Und dieser Rahmenvertrag, wie gesagt, gibt hier einen hinreichenden Raum und wäre selbstverständlich seitens Dritter, die meinen, dass der nicht sozusagen dem Buchstabe des Gesetzes folgt, angreifbar gewesen. Der ist nicht angegriffen worden und insofern eine valide Grundlage für diese Beauftragung. Hast du eine Frage von Ihnen oder bezogst du dich auf ein anderes Thema? Auf Ägypten. Ägypten, also das Thema, das wir gerade hatten. Dann, bitte. Herr Schäfer, Lernfrage, kann Deutschland, kann die EU mit einem Land, das sich nicht an Menschenrechte hält, ein Flüchtlingsdeal abschließen? Jedenfalls sind wir gut beraten, glaube ich, und über diese Werte und politischen Fragen haben wir an dieser Stelle schon ganz häufig miteinander diskutiert, vielleicht auch gestritten. Sind wir gut beraten, nicht nur mit solchen Staaten vertragliche Beziehungen zu unterhalten, die eins zu eins unsere Wertebeziehungen teilen. Denn dann würden wir vielleicht außerhalb der Europäischen Union noch mit Lichtenstein, vielleicht der Schweiz und den USA-Verträgen schließen. Nein, die Welt ist leider kompliziert und wir haben es mit vielen Ländern zu tun, die in bestimmten Politikfeldern Gelegenheit bieten, gemeinsame Interessen auch vertraglich festzulegen und bei denen wir in anderen Politikfeldern überkreuz liegen. Und gerade in der arabischen oder muslimischen Welt gibt es viele solcher Länder. Und bei Ägypten gilt das erst recht. Ägypten ist ein ganz wichtiges Land in der arabischen Welt, das nicht nur geopolitisch und geografisch an einer entscheidenden Stelle für Europa, aber auch in der Region liegt, sondern Ägypten ist auch ein ganz wichtiger außen- und sicherheitspolitischer Spieler für ganz viele Fragen im Mittleren und Nahen Osten, für die Sicherheit Israels, für die Lage in Libyen, für den Nahost-Friedensprozess, für den Umgang mit der Krise in Syrien. Und deshalb gilt da, wie überall sonst, genauso wie Herr Dimroth das gesagt hat, wir haben bei all den Gesprächen über Themen, bei denen wir gemeinsame Interessen identifizieren und regeln wollen, immer im Kopf, dass es auch andere Bereiche gibt, in denen die Zusammenarbeit vielleicht nicht so einfach ist oder wo man über Kreuz liegt. Und das gilt im Hinblick auf die Menschenrechtslage in Ägypten ganz sicher. Da liegen wir nicht auf einer Wellenlänge, ganz im Gegenteil. Wir arbeiten mit Nachdruck daran, mit unseren ägyptischen Gesprächspartnern immer wieder die Themen anzusprechen, wie die, die heute auch in den Medien berichtet worden sind. Aber das schließt nicht aus, dass wir in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Regelung von Flüchtlings- und Migrationsangelegenheiten mit Ägypten kooperieren. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt natürlich auch für die Europäische Union. Ich unterstreiche alles, was Herr Schäfer gesagt hat und füge nur hinzu, bei solchen Abkommen, und bisher haben wir ja nur ein Abkommen EU-Türkei in Flüchtlingsfragen, geht es natürlich immer auch darum, die Situation der Flüchtlinge in dem betreffenden Land zu verbessern. Das ist sehr klar nachweisbar bei dem EU-Türkei-Abkommen und das wäre sicherlich auch ein Element aller weiterer Abkommen. Sonst wüsste ich gerne zunächst mal, ob es noch Fragen oder wie viele Fragen es noch zu anderen Themen gibt. Denn, Herr Wackett, wenn Sie jetzt noch Fragen dazu haben, also dann, wenn es neue Fragen sind, denn die Frage, so wie Sie sie gerade gestellt haben, haben wir hier, glaube ich, mehrfach behandelt. Wenn Sie eine neue Frage haben, dann bitte. Also zu Ägypten darf ich nicht mehr. Nein, ich würde nur darum bitten, dass wir hier nicht die gleichen Fragen in einer repetitiven Form in verschiedenen Regierungspressekonferenzen stellen. Deshalb war meine Frage, ob es noch, wüsste ich gerne, wie viel Gesprächsbedarf wir sonst noch zu Themen haben, die hier noch nicht behandelt, noch nicht in der gleichen Weise beantwortet sind. Stellen Sie Ihre Frage bitte, dann schauen wir, ob die schon beantwortet wurde. Bitte. Herr Schäfer tut ja so, als ob es jetzt um Waffenexporte geht. Es geht um Menschen und um Abkommen mit... Ihre Frage? Zu Ägypten, ja. Bitte. Es geht ja um Menschen. Es geht um ein Abkommen mit Menschen. Und Sie sagen, naja, also wir haben da unterschiedliche Meinungen und Menschenrechtsstandards werden da nicht eingehalten. Aber muss es in Sachen Flüchtlingsabkommen nicht auch um Menschenrechte gehen? Ich weiß nicht, was Sie jetzt mir oder der Bundesregierung oder dem Auswärtigen Amt oder der Europäischen Union unterstellen wollen. Dass Flüchtlinge und Migranten Menschen sind, haben Sie das Gefühl, dass das von dieser Regierungsbank von irgendjemandem in Abrede gestellt wird? Haben Sie wirklich? Ja, dann tut es mir leid. Das Verhalten und die Aktivitäten der Bundesregierung in den letzten Jahren und Monaten beweisen. Aus meiner Sicht sehr subjektiv. Eigentlich das Gegenteil, lieber Herr Jung. Und zu Ihrer konkreten Frage. Ja, auch in Ägypten geht es uns um Menschen. Wenn wir uns mit Ägypten über die Lage der Menschenrechte streiten, geht es uns um Menschen. Weil wenn Menschenrechte verletzt werden, werden Menschen verletzt. Und deshalb kümmern wir uns darum. Absolut. Da haben Sie völlig recht. Und wenn es um Vereinbarungen geht mit dem Ziel, die Lage der Flüchtlinge zu verbessern und die Migration zu regeln, dann geht es auch um Menschen. Und dann wollen wir verhindern, zum Beispiel, dass verzweifelte Menschen sich von Ägypten aus auf den Weg übers Mittelmeer machen, sich in die Hände von skrupellosen Schleusern begeben und dabei ums Leben kommen und absaufen. Da geht es uns um Menschen. Und wenn es so ist, wie Herr Seibert das sagt, dass wir das Ziel verfolgen in Ägypten und anderswo, die zum Teil erbärmliche Lage, in der Flüchtlinge und Migranten sich befinden, das beste Beispiel dafür scheint mir die Lage in Libyen zu sein, in einem Staat, der ja nicht wirklich als ein Staat funktioniert, dann geht es uns um Menschen. Absolut. Herr Seibert. Ja, Herr Schäfer hat es gesagt. Ich hätte, um dem moralischen Impetus von Herrn Jung zu begegnen, schon auch noch mal betonen wollen, was ist denn die Situation vor der Küste von Ägypten derzeit? Zuletzt haben wir gehört, dass ein von Schleppern mit Flüchtlingen gefülltes Schiff untergegangen ist, mit Hunderten von Toten. Das war im Übrigen auch die Situation in der Ägäis. Und diese Illegalität, dieses Verbrechen an Menschen zu beenden, das ist doch auch eine ganz klare Triebfeder, um solche Abkommen zu schließen, um diese Illegalität, dieses Verbrechen zu beenden, wie es im Übrigen durch das EU-Türkei-Abkommen auf der Ägäis weitestgehend gelungen ist. Und genau deswegen müssen wir das auch mit anderen Nachbarn im nordafrikanischen Raum in Partnerschaft abschließen. Herr Wackett, Themenwechsel. Ja, ganz anderes Thema. Bitte. Es geht um Herrn Sarkozy, den Präsidentschaftskandidaten, kann man ja sagen, der angekündigt hat, die Brexit-Debatte noch einmal aufzurollen, das heißt für Großbritannien noch einmal die Chance zu geben, in die EU zurückzukehren, auf Basis eines reformierten EU-Vertrages. Ich wollte mal hören, ob die Bundesregierung denkt, dass es in der Tat ein gangbarer Weg wäre. Herr Wackett, Sie kennen die Haltung hier oft dargelegter Bundesregierung zur Frage Brexit, zur Frage, wie umgehen mit dem britischen Referendum. Die hat sich nicht geändert, auch nicht durch Vorkommnisse und Erklärungen im französischen Wahlkampf, in denen ich im Übrigen hier nicht eingreifen möchte. Weitere Fragen? Herr Jung. Ja, das Justizministerium zu Ihrer Hate Speech Task Force. Sie hatten ja jugendschutz.net im August und September beauftragt, testweise bei YouTube, Facebook und Twitter insgesamt 622 in Deutschland strafbare Inhalte zu melden. Ein Kollege hatte schon bei der Pressekonferenz nachgefragt, aber Sie haben bisher nicht darauf geantwortet, wie viele der 622 strafbaren Inhalte sind da jetzt zu einer Anzeige geführt und wie viele Verurteilungen gab es? Müsste ich Ihnen auch, ich habe keine konkrete Zahl dabei. Also wir haben ja in der Pressekonferenz ist ja dargelegt worden, dass die, dass es insgesamt die Löschquote viel zu gering ist, bei den, wenn praktisch auch die entsprechende Institution nicht als solche aufgetreten ist, sondern sich als Potsch wie ein privater User aufgetreten ist. Aber die genauen Zahlen, wie wird das jetzt in Strafverfahren gemütet ist, würde ich versuchen, Ihnen nachzureichen, weiß aber nicht, ob wir das tatsächlich leisten können, weil die Ermittlungsverfahren ja nicht bekanntermaßen nicht bei uns geführt werden. Gut, dann sehe ich keine weiteren Fragen. Danke Ihnen an der Stelle und wir beenden die Pressekonferenz. Danke, schönen Tag. I'm thinking of a question I'm collecting All my information Before I ask it I'm taking Lots of pictures Yes, I'm taping For the record For the record For the record Too big to ask You have been A loud And a bit On the table Nothing but my drum Holding For my answers I'm listing All the factors And I'm placing For the record For the record See you Bye Who space And a bit And a bit F ór tú Th δια Die